Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unravel. Ja, ihr klatscht schon, hast du es gesehen? Klatschen, ich will klatschen. Oh nein. 4 von 5, das ist doch der Hammer. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt in, wie viel ist genug? Marco, sag es mir. Es gibt kein genug. Oh, ich springe. Irgendwie vergesse ich jedes Mal die Tasten. Immer wieder. Und das ist auch gut so. Vanish. Oxygen. Stop, stop. Umretz vor er ö. Perders bedö mag. Ramül mag. Ja. Nein. Mir ist so kalt. Erinnerungen. Der Müll kommt da vorne hin. Ist das der Großvater? Hey, nimm die mit. Achso, ah. Ich dachte gerade. Ne, die blieb. Die Erinnerung ist nicht so toll. Boah, die Musik. Musik. Irgendeine Folge macht dich die Musik gegnern? Nein. Er will immer die Musik. Meistens ist die Musik lauter als wir. Aber... Oh! Ich bleibe auf dem Fass stehen. Ich fasse es nicht. Ich bin fassungslos. Ja, das ist richtig. Nein, das war ein nahtloser Übergang. Nahtlos? Ja, nahtlos. Ähm. Oder fadenlos. Komm ich da rüber? Stimmt. Au. Ne. Ist doch viel zu eng. Ist doch viel zu eng. Das ist zu eng, Marco. Es ist... Scheiße, nein. Oh. Engst an dehnbarer Begriff. Oh Gott, hör auf. Es sind Kinder anwesend. In meinem Kopf. Verstehen das doch nicht. Geh, geh, geh. Oh. Soll denn das klappen, bitte? Das klappt doch niemals. Nee, das klappt nicht. Da müssen wir irgendwas... Ach, klar. Du musst auf das Fass raufgehen und Trick 17 benutzen. Hab ich ja den Versuch. Dann zieh. Ähm. Daran und dann zieh. Nix da. Nee. Na, gut. Schältig oder? Na? Komm hoch mit dir. Ja, klar. Wir gucken mal, was es da weitergibt. Oh, das ist... Ich dachte, das Fass wäre da auch im Vordergrund. Äh, im... Mittelgrund? Ja, oder wie der Hintergrund noch Vordergrund. Ja, Mittelgrund. Okay. Schade. Kommt wir da gar nicht hin oder was? Kommt schon. Ja. Hab geglaubt. Ja. Genau. Das hatte ich dann auch gemacht. Äh. Warte mal, was ich nochmal mit ausprobieren wollte. Gucken. Nee. Nee. Ich dachte, da wäre irgendwie irgendwas Spezielles. Nachsum. Das muss man mit Sicherheit mit dem Fassort. Das Fass kannst du nicht bewegen. Das ist auch nicht, wenn du deinen Pfaden da ranwürfst und dann, äh, versuchst zu ziehen, oder? Nee. Ich bringe aber auch nichts. Nee, bringt nichts. Oh, Mann. Halt dich fest. Was tust du denn da? Hält dich nicht fest. Danke sehr. So. Einmal rüber. Guck mich nicht so an. Mach es besser. Ja, gib her. Ja, warte. Bitte sehr. Hält es sich eng fest? Ja, bitte. Da, mach weiter. So, wie war die Steuerung? Ja, das wüsstest du jetzt gerne, ne? Ja. Das wüsstest du jetzt gerne. Rechte obere Schultertaste, die untere. Ne, rechte untere ist genau das. X-Knoten. Ähm, B ist ziehen. Wie immer. Halt, wie immer, Marco. Oh, was? Achso, ich dachte, der wäre auf der anderen Seite gewesen. Leider nein. Schade. Ich bin schon weitergekommen als du. Oh, ach. Alter. Wenn ihr gleich Marco röcheln hört, dann wisst ihr warum. Du ziehst wie du nur selbst. Voll. Nein, die Kamel. Ich muss dich hinten ganz langsam runterlassen. Halt mal fest. Nee, bringt nix. Nein, komm. Bringt nix. Da kommen wir nicht hin. Kein Segelboot. Ach, warte. Bringt nix. Nix. Nein. Schön, zweimal bist du auch schon gestorben. Zweimal. Ach, Mann. Wollen wir einfach weiter? Ja, wollen wir. Ja, den kriegen wir nicht. Ich weiß nicht, müssen wir irgendwann mal gucken. Nein, nein. Ja, der war gut. Ist das da eine Dynamitstange im Fels? Ja, und was? Nee, alles gut. Kann man drauf stehen, oder? Da ganz oben drauf. Kann man nicht. Aber Marco bist jetzt schon das dritte Mal gestorben, ne? Wird doch voll nix. Nein, lass den nicht so hängen. Marco, wer lang hat, lässt lang hängen, ne? Was war das denn für ein Sprung? Ach, aber sich über mich beschweren. Ja. Nur weil du es nicht auf die Reihe kriegst. So. Hab ich sie aber gegeben hier. Naja. Naja. Das war hardcore. Davon erholst du dich nach Jahren nicht. Ja, ist richtig. Bleib mal auf dem Stein gleich stehen. Nein. Nein. Nein, Stein. Oder nicht? Hä? Gib mal her. Ach. Gib mal her. Guck mal. Papa zeigt dir, wie das geht. Also. Da ran. Rüber. Zack. Nein, Mama. Gib ich hier oben hin. So. Zack, zack. Rüber. Hier. Zack. Dann ein bisschen hängen lassen. Dann ein bisschen schwingen. Dann rüber. Dann rüber. Toll. Auspendeln. Das ist doch wohl nicht wahr. Das ist doch wohl nicht wahr. Das muss doch gehen. Weil der da löst sich doch aus der Wand, wenn du an den heranspringst. Komm. Halt. Komm woanders hin. Geh. Dreh dich um. Zieh den Bini runter oder so. Ich kann so nicht arbeiten. Ich mach gerne vorwurfsvolle Blicke. Oh Gott. Oder Satan. Ja, nee. Gar nichts. Ey. Lass den Stein da. Ich bin auf den Stein. Komm schon. Ja. Ja. Boah. Na. Na. Papa macht das. Da hab ich vorhin auch schon geschaut. Dafür gar nicht. Klar. Jetzt wärst du ja hier. Ja. Und dann hab ich losgelassen. Ja. Siehste. Da war der Fehler machen. Nicht loslassen. Niemals kapitulieren. Ah ne. Na. Hä. Kann ich da nicht runter? Das sieht jetzt nicht so sonderlich ansprechend aus, muss ich sagen. Echt nicht? Grün ist doch schön. Ist doch. Farbe der Entspannung. Entspannung. Die Bini. Alter. Ich hab dir nicht geschultert, dass der Gedrück warst du zu entspannend. Ja. Oh, der Knoten löst sich schon. Ich wollt grad sagen. Oh, was? Oder? Oder sah das grad nicht so aus? Ja doch, wahrscheinlich, weil's aber so ein bisschen schlabbrig ist alles gerade. Irgendwie zieh ich grad nicht ein. Gott. Der war gut. Ist echt Dynamit. Hm? Rechts. Rechts. Naja, ich dachte mir nur, weil da unten ein Dings, guck mal. Da ist es jetzt. Da ist auch so ein Dings jetzt. Ach, da war ich eben dran deswegen. Wie dämlich ich bin. Das hast du wenigstens gut erkannt. Sag nix. Das war eine rein rhetorische Frage. Naja, war keine Frage. Bergsteigerjahrn. Zack. So. Au. Au. Da sind wir Schlimmeres gewohnt. Und gleich. Ich wollte grad sagen. Oh. Da kommt doch gleich was. Und dann pro. Lauf. Gar nicht. Lauf. Okay. Nut dich fest. Mhm. Trampolin. Ja. Wackelpudding. Schon? Wackelpudding. Trampolin hab ich gesagt. Ah. Oh. Iiii. Iiii. Attacke. Oh. Was? Ah. Okay. Kann ich die mitnehmen? Hikio. Na. Steckt los. Nice. Uäh. Hast du das gesehen? Nee. Ich hab grad nicht hingeguckt. Hier. Was ist das? Oh. Nein. Ah. Ah. Die haben mich runtergezogen. Oh. Lässt dich auch von allem runterziehen. Ja. Oh. Warte. Warte. Kann man da echt auf die Steckdosen mal hin? Ja. Mit Sicherheit. Das wird sich nicht so leuchten, oder? Was ist das denn? Versuch's einfach mal. Spring einfach mal. Ja. Ja. Perfekt. Oh. Ach so. Ah, das vertreibt die. Ach so. Ja gut. Können wir die irgendwie mitnehmen noch? Äh. Ich kann auf jeden Fall hier abknoten. Hm. Ah. Mit genug Schwung. Könnte das. Ja. Ja. Diesmal nicht. Nein. Oh. Industrielampe. Piu. Zack. Hm. Ich würde gerne einen Stuhl eigentlich mitnehmen. Oh. Okay. Ich glaube, das müssen wir sogar, oder? Ah. Okay. Ah. Hey. Nein. Scheiße. Scheiße. Sie sind gierig. Huu. Schnell. Jani. Jani. Ne. Ich glaube, du musst schnell rüber. Juu. Okay. Oh Gott. Obkippen. Puh. He. Okay. Das kannst du aufziehen. Mhm. Ich kann dich auch aufziehen. Mhm. Du bist dick. Haha. Nein, bist du nicht. War ein Scherz. Ähm. Ich gehe. Ich bleibe. Haben wir das? Und da. Jetzt schiebe ich das nach hinten weg. Okay. Ist der eigentlich hier oder nicht? Nein, nicht. Scheiße. Komm schon. Kannst du ihn ziehen? Ja. Hm. Ich muss da hinten runterspringen erst mal. Gar ohne Ende verbrauchen hier. Ich wollte springen. Alter, die Musik. Toll. Oh, ich dachte gerade. Äh. Da bin ich auf jeden Fall sicher. Ich fahre es mal nach links. Und da ist bestimmt noch irgendwas. Gar. Gar. Toll. Na, kannst du ja wieder hoch. Hä? Muss ich da einfach ran? Oh. Uh. Toll. Ist das nicht. Bezüge? Ja. Bitte? Lass mal den Meister ran hier. Dann müsste ich die Kontrolle ja wieder halten. Spring. Was dachte du denn? Bei dir kommt ja gar nichts. Ja, ich habe es halt getimt. Oh, gut gemacht. Oh, die Knot, 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 Knot. Mit linker Schultertaste? Mit linker? Ja, genau. Dann kann ich wieder... ...climb ja. Vorsicht. Nein. Ich dachte, da kommt der jetzt. Muss klappen. Yo. Perfekt, Marco. Sehr gut. Woo. Du hast es geschafft. Geh mal dahinter. Kannst du dahinter? Ja. Aha. Das war so gut. Ah, ah, ah. Cheap. Perfekt. So. Jetzt nicht sterben. Jetzt. Sehr gut, Marco. Was ist drauf? Dankeschön. Ich weiß. Und drunter. Was ist hier los? Kaputt. Oh. Können wir unten durch? Ja. Und da hoch. ist mein neues Gang. Auch mal die Lappe runter? Ja. Brauchen wir mal sicher. 100. Springen wir drauf? Oh. Was ist die Maschine laut, Marco? Klick. Alter. Äh, 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 äh. Was hast du gesagt? Hä? Da muss man denn da rein? Da. Da rechts. Nicht in die Spulen kommen. Nicht, nicht. Voll spannend. Ja, ja. Hochspannend. Ich hoffe, die noch mal gehört. Das Licht zu lang hängt. Ich konnte auch keinen Schwung mehr holen. Echt nicht? Na gut. Ach, guck mal. Das ist eine Münze. Das kommt man nicht durch. Nee, glaub nicht. Und von der anderen Seite. Oh, oder doch? Ach, da kommst du auch auf. Oh, komm schon. Der holt nicht vernünftig Schwung hier. Auf dieses Dreieck, da kommst du auch auf. Also dieses Tätenssymbol. Alter, ist das laut. Halt. Hörst du die Kiste? Nein, 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 nein. Springen nach links, nach links. Darf ich mal? Nein. Äh. Schwing einfach mal rüber bis zum gelben Ding. Ich komme nicht durch das Teich. Vorsicht. Was machst du denn? Ich bin halt übermussig. Ich merke das schon. So. Ähm. Warte mal, bis der nächste wieder kommt unten. Fallen lassen. Genau. Und jetzt ran, oder? Nein. Scheiße. Darf ich auch mal? Nein. Danke. Okay. Wollt's mal ausprobieren. Hallo, du hast es schon zehnmal geschafft. Also nicht geschafft. Ich kriege das wieder. Keinen. Die Karte ist es auch ein Designamb caut. Und da ist es im MomentGeist. Und da ist her nachgela. Ich bin halt ausprobiert. Euch auch. Und da ist es sicher. Sie sieht es nicht. SR就是� Passion. Da war noch Distanz Da war Distanz, ich habe es genau gesehen Es ist echt schwer hier Alter Wie deckt sich denn so die Passage aus? Das sind die Ingenieure dieser Maschine zu fragen Das wird man verklagen Wieso gibt das überhaupt hier so eine unglaublich lange Kette oder wofür? Was, ich höre dich nicht, es ist so laut Scheiße, wie soll ich denn da jetzt rüber? Der ist dran Voll Einmal mach ich noch Und dann hören wir auch Nee, dann machen wir das Spiel aus Geht nicht mehr Geht eh nicht Unmöglich Beide Güte Bringt das ja was Kannst du so Und alles steht unter Strom Da sitzt du jetzt scheiße Also ich Du hast es ja geschafft Oh, da sind Federn Damit kennst du dich doch aus, Marc Warte, warte, warte Ich wusste nicht, dass wir so hochgeschleudert werden Links ist noch die Münster Und zurück Ich wusste nicht, dass wir so hochgeschleudert werden Nicht gedacht Achso, Abkürzungen sterben Toll Und zerquetschen Super Super Du helf Nein, nein Ich wollte dann drauf landen Und nach rechts Sofort nach rechts Nach links Nach links ist der Quetsch Auf die Du bist auf die Feder Ich dachte, ich kann aber nach links raus Wenn du es schaffst Schneller als die Feder Was war das denn? Da wurde ich nicht hochgeschleudert Toll So, genau das Nein, nein, nein Nein Darf ich mal Nein Jetzt nicht Oh, Mann, oh Toll Auf die Feder Warten Nochmal warten Oh, nur nach rechts Wir müssen noch mal ein paar hier weiter Da müssen wir wahrscheinlich lang, oder? Meinst du, links ist noch was? Könnte 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 Ja, die mal nach links runter Lass dich mal abseilen Nicht so weit abseilen lassen Nicht runterspringen Ne, da war nichts Das machst du eigentlich mit dem Armini? Das war nicht geplant Ja Ne, ich glaube, das ist nichts Ne, das ist nichts Ne, das ist nichts Wer denkt sich eigentlich so ne Das wird doch einfach nur zerreißen Na Schiebt das Schiebt das Okay 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 Bleib mal stehen, genau Nein Kann er nicht Schießen Schießen Festhalten Und rüber Und dann auf der anderen Seite ziehen Oder? Auf der anderen Seite ziehen? Warte, geh mal hin Ja, mach Schießen Festhalten Achso, okay Also, die kann man nicht festhalten Das muss da schon ausgefahren bleiben Wir brauchen irgendwas, was das festzuliert Eigentlich ja wahrscheinlich unten die Feder Das, das Hochschieb Ja Ah, ah Scheiße Was denn? Ja Kann sich da festknoten? Ne, reinguckst du nicht, ne? Ne Scheiße Ja, weil solange das Ding links ist Ah Okay, ist eingepasst Aber drückt doch nichts, oder? Oder kann man es da drüber schieben? Ja Na gut Na gut Ja, na gut Na gut Na gut Na gut Nugget 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 Chocolini Ja, ja, ja Na los Toll Alter, ich will aus dieser Maschine raus, verdammte Kacke Das ist nicht so laut So laut Und das beim ersten Mal Nein Geh, da ist nichts Dann sind wir wieder Kacke-asseln, Kellerlagen Meine Kiste Nein Kannst du es festhalten? Ja Was ist das? Ich weiß es nicht aber ich habe es kaputt gemacht Ein Ventilator Zieh mal eine Lampe Da muss Strom drauf Zieh mal eine Lampe hat er gesagt Ich bring nochmal runter Wir müssen ja den Strom davon abkapseln Hier wenn du dich dann feste Geh nochmal nach rechts Schade Nee einfach ganz mal runter von dem Ding Können wir da irgendwas von ziehen? Schieben ist ja zuhause Nee Nee Jetzt sinkt irgendwie gar nichts Hier guck mal Hier guck mal Kannst du dich da festknoten an dem anderen Ding? Links Links Ja schieß mal Nee Ach wir können einfach durch So macht man das mal Der Sicherungsfass Kann ich runter? Und das bringt mir Ich war nicht Wie sie sehen Sehen sie nix Ach so Du musst dann erstmal rüber gehen Ach Zack Festknoten bitte Zack Zack Einmal rüber und dann hat sich das erlebt Oh Wow Ein Segen Eine Wohltat für die Ohren Einfach Abscheiden Und gegen Lüfter knallen Nee was ist das? Keine Ahnung Hängen lassen Und Kakerlaken fressen lassen Stolper Ja Spiderbrosche Spiderbrosche Das whatever So gerne Spiderbrosche Cool Neue Erinnerungen Wie viel ist genug? Die Ratter stellen Nein Die Retter stellten Sich als Plünderer heraus Ihre Versprechen waren leer Und der Prozess War toxisch Jetzt gehen unsere Kinder in den Süden Und die alten Hain Achso bleiben soll es heißen Und die alten bleiben zurück Um die Wunden zu pflegen Ende Verfickte Kacke Ich drück immer den falschen Knopf Gustav Gans Und seine Pinocchio Und seine Pinocchio Was ist das? Asperat Äh Asperat Asperat Das ist wie im Plattdeutschen Asperat Das ist zu Asperat Ja Asperat Stimmt Ein Bagger In der Grube Da ist Bodo Mit dem Bagger Und der baggert noch Aber wo ist Da Bubu Bubu Der Uhu Da Oh Damit jetzt baden Schön Bei den dreiköpfigen Fischen Kaffee Flecken Ende Ah Mann War das laut Das war so laut Alter Immer gespannt Wo es als nächstes hingeht Oh Weil viele Bilder Hab ich ja nicht mehr gesehen Eigentlich Es ist ja schon so dunkel Guck dir's mal an Und die Blumen Gehen immer weiter ein Hm Das stimmt Spreng nicht Nein 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 Die ganze Okay Ah Tolle Folge So Ich würde sagen Wir sehen uns auf jeden Fall Bei der nächsten Folge wieder Und bis dahin Auf Wiedersehen Alles Beste Und bis dahin Vielen Dank.